Herzlich willkommen. Ich möchte euch erzählen, was ich vorhabe in diesem Webinar betriebliche Sachverhalte steuerlich darstellen. Ich werde auf das Hauptfach eingehen der dritten Klausur der Bilanzbuchhalterprüfung. Also die unterschiedlichen Steuerarten hier natürlich en detail besprechen. Alles, was ihr benötigt. Abgabenordnung, Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Lohnsteuer, internationales Steuerrecht hier, Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. Also die Positionen, die ihr benötigt. Ich werde die einzelnen Themen durchgehen an alten Klausuren orientiert. Insofern, als dass ich mir die Themen rausgegriffen habe der letzten 35 Klausuren und geschaut habe, was kommt hier immer wieder dran bei der IHK. Was benötigt ihr? Ich würde sagen, wir sehen uns im Webinar. Bis dahin.